Hallo, mein Name ist Elisabeth Meixner und ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie A1 Mail auf Ihrem Samsung Galaxy S4 einrichten. Gehen Sie dazu auf Menü, Einstellungen, Konten, Konto hinzufügen, E-Mail-Konto hinzufügen, hier geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie dann auf Manuell einrichten, wählen Sie IMAP aus, beim Posteingangsserver geben Sie imap.a1.net ein, beim Postausgangsserver smtb.a1.net. In den Kontooptionen können Sie einstellen, wie oft Ihre E-Mails abgerufen werden sollen. Ihr E-Mail-Konto ist nun eingerichtet. Haben Sie noch weitere Fragen, besuchen Sie doch die A1 Support Community auf a1.net. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit A1 Mähen!